Hallo liebe Sternenfreunde und ganz herzlich willkommen zu diesem Video über die Sommersonnenwende, den Neumond vom 24. Juni und die kosmische Schwingung im Juli. Alles zusammengepackt diesmal, weil mit der Sommersonnenwende eine ganze Periode anfängt, die über den Juli hinaus sogar noch bis in den September reinreicht und damit wollen wir uns jetzt erst mal bis Ende Juli dann beschäftigen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich erst noch der Gewinnerin aus meiner Juni-Verlosung gratulieren, 15 Minuten Kurzberatung bei mir gewonnen hat, Silvana Stießel. Ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Silvana. Bitte schau hier unten, hier ist jetzt mein Kundentelefon und meine E-Mail eingeblendet, sodass du dich bei mir melden kannst, damit wir einen Termin zusammen ausmachen können. Und jetzt wollen wir uns die Konstellationen anschauen. Ich habe nicht umsonst dieses Bild von einem sommerlichen, leicht gewittrigen Himmel gewählt, denn so ungefähr müsst ihr euch die Stimmung auch am astrologischen Himmel vorstellen. Es kommt zu vielen Entladungen, es wird Blitz und Donner geben, die Stimmung ist so ein bisschen heiß und schwül und manchmal auch drückend. So ist ungefähr das astrologische Setup. Es wird in unseren Beziehungen hoch hergehen, wir können auch tolle sexuelle Höhepunkte erleben, aber auch die emotionalen Wellen werden hochschlagen. Es wird sich heiß gestritten und umso heißer wieder versöhnt. Gleichzeitig ist das Potenzial weiterhin groß, neue spannende Leute kennenzulernen und eine Affäre zu beginnen. Allerdings ist das auch verbunden mit der Gefahr, gerade diejenigen schlecht zu behandeln, die wir schon lange kennen und die uns wichtig sind. Kommen wir jetzt zum Horoskop der Sommersonnenwende. Und da starten wir in eine Phase, die dann bis Anfang September andauert, wo sich Sonne und Mars über weite Strecken miteinander verbinden. Das heißt, sie stehen öfter in Konjunktion in dieser Zeit. Und bis zum 22. Juli steht ja dann die Sonne in einem Kardinalzeichen, nämlich eben hier im Krebs. Und währenddessen bildet sie dann harte Aspekte zu Jupiter, zu Uranus und zu Pluto. Und dabei wird sie auch noch begleitet von Mars. Das bedeutet, dass wir insgesamt etwas aggressiver sind und uns durchsetzen wollen. Vor allem aber sind wir besonders impulsiv. Wir neigen also dazu, unbedacht und vorschnell zu handeln. Das zeigt sich auch schon deutlich in dem Neumond vom 24. Juni. Da stehen hier Mars, Merkur, Sonne und Mond in einem Stellium zusammen. Im Zeichen Krebs geht es ja um Emotionen und um die familiäre Herkunft. Und wenn sich der Mars dort aufhält, bringt er Aktivität und Energie ins Familienleben, aber eben auch Konfliktpotenzial. Denkbar ist also, dass man vielleicht mit der Familie viel vorhat jetzt im Sommer, aber eben auch, dass die Gefahr besteht, dass es mit einzelnen Familienmitgliedern zu Streitigkeiten kommt. Der Mars kann sich im Wasserzeichen Krebs eigentlich nicht so recht entfalten, weil er ja im Feuerzeichen Widder zu Hause ist. Und wenn Feuer und Wasser zusammenkommen, dann kocht eben die Atmosphäre. Dann erleben wir eine Zeit mit emotionalen Gewittern. Wir laufen dann Gefahr, andere zu beleidigen, wenn wir unsere eigenen emotionalen Bedürfnisse durchsetzen wollen. Wir reagieren schnell aufbrausend, wenn wir uns in unseren Gefühlen verletzt fühlen. Und wir neigen generell dazu, das Handeln unseres Gegenübers persönlich zu nehmen, auch wenn das gar nicht so gemeint war. Der Mars steht ja eigentlich für Aktion und Kampf. Aber das Zeichen Krebs ist eben das Prinzip der Gefühle und der instinktiven Reaktion. Mit Mars im Krebs reagieren wir deshalb besonders empfindlich und heftig, wenn Gefühle im Spiel sind. Ja, dann schauen wir uns den Juli an und der Monat geht gleich los mit einer Spannung zwischen den beiden Kampfplaneten Mars und Pluto und auch Merkur ist noch beteiligt. Und das Ganze ist dann in Spannung zu Jupiter, der ja bekanntlich auch für Übertreibungen sorgt. Sonne und Mars, das sind beides Kräfte, die nach Unabhängigkeit streben. Aber sie befinden sich eben im Zeichen Krebs und das steht für Bindung und Zusammenhalt. Deshalb kommt es in diesem Monat immer wieder zu Auseinandersetzungen um diese Themen. Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Wer bringt wie viel in die Beziehung ein? Wie fair sind die Aufgaben verteilt? Wie weit sind wir bereit, unser Ego den Bedürfnissen der Familie unterzuordnen? Wenn dann auch noch harte Aspekte zu Jupiter dazukommen, übertreibt man es mit seiner Reaktion. Dann möchte man sich am liebsten gleich trennen und einen Befreiungsschlag durchführen, statt darüber nachzudenken, wie man den Partner, Prinzip Jupiter inspirieren kann, etwas zu ändern, um die Situation zu verbessern. Das ist vor allem zu Neumond am 24. Juni der Fall und auch in den Tagen um den Vollmond am 9. Juli. In dieser Zeit sollten wir uns vornehmen, nichts zu überstürzen. Wir sollten uns gegenseitig keine Vorwürfe machen. Wenn wir uns aufregen, dass wir in der Partnerschaft mehr Gewicht zu tragen haben, zum Beispiel für das finanzielle oder für den Haushalt, dann ist die Gefahr groß, dass es zu Streitigkeiten kommt, in denen wir den Partner beleidigen. Wenn uns der Partner vorwirft, dass wir uns zu wenig einbringen, sollten wir nicht beleidigt und aufbrausend reagieren, denn das bringt gar nichts und führt nur zum Streit. Stattdessen sollten wir überlegen, wie wir unseren Tagesablauf so gestalten können, dass sich unser Partner nicht mit der Verantwortung alleingelassen fühlt. Im Juli müssen wir uns häufig in dem Thema Selbstbeherrschung üben, denn wir werden wahrscheinlich andauernd irgendwas finden, was uns nicht passt und uns darüber aufregen. Auch in uns selbst kann es zu solchen Spannungen kommen. Wir müssen uns disziplinieren, nicht aus einem Impuls heraus zu reagieren, bevor wir nachgedacht haben. Und wir sollten auch nicht auf eine Art handeln, die für andere beleidigend ist. Das ist die Herausforderung. Deswegen ist es wahrscheinlich eine gute Idee, sich viel auszutoben, viel Sport zu treiben und alles nur Erdenkliche zu tun, um die Spannungen abzubauen und uns auszupowern. Natürlich auch gerne mit heißem Sex, sodass wir gar nicht mehr genug Energie haben, uns unnötig aufzuregen. Aber zum Glück gibt es auch positive Aspekte und zwar sehr wichtige, die uns helfen, in diesem Monat mit der Spannung auch fertig zu werden. Da ist zunächst mal vom 3. bis zum 8. Juli ein sehr schöner Aspekt von Neptun, dem Planeten der selbstlosen Liebe und der Romantik, zur Sonne im Zeichen Krebs. Ich zeige euch das mal hier. Siebter, hier seht ihr das. Genau, hier. Neptun, Sonne. Und in dieser Zeit gelingt es uns leichter, von dem eigenen Ego abzusehen und zu schauen, was andere jetzt an Zuwendung und Liebe brauchen. Dann beginnt eine sehr spannungsreiche Phase und die wird dann am stärksten sein, rund um den Vollmond am 9. Juli. Ihr seht schon, der ist hier verbunden, Sonne, Mars mit Mond und Pluto. Das ist die gefährlichste Zeit, was Beziehungen anbetrifft, wenn man nicht empathisch auf seinen Herzensmenschen eingeht. Wenn wir dann streitlustig und unsensibel sind, laufen wir Gefahr, unseren Schatz zu beleidigen. Wenn wir schwächeln und klammern, sieht es aus, als wären wir emotional abhängig und das kommt ebenfalls nicht gut an. Dann haben wir noch eine kritische Phase, die geht vom 15. bis zum 21. Juli, wenn nämlich hier Sonne, Mars mit dem Freiheitsplaneten Uranus eine starke Spannung bilden und uns dann erneut der Wunsch überkommt, mit einem Befreiungsschlag alle Probleme zu beenden. Aber in dieser Zeit wird uns dann auch wieder Hilfe zuteilen und zwar ein wichtiger Harmonieaspekt zwischen der Venus, die hier in den Zwillingen steht, und dem Jupiter, der in der Waage steht, im Beziehungszeichen Waage. Das spricht dafür, dass Feste, Feiern, Partys und Familienfeiern wahrscheinlich insgesamt harmonisch ablaufen werden. Die emotionalen Auseinandersetzungen spielen sich eher auf einer persönlichen Ebene ab, zwischen zwei Partnern, als jetzt in Gruppen und bei gesellschaftlichen Anlässen. Ja, und ab dem 20. kommt dann wieder eine neue Energie auf, denn dann geht der Mars ins Zeichen Löwe und am 22. Juli um genau 17.15 Uhr tritt die Sonne ins Zeichen Löwe ein. Jetzt springt der Funke wieder über und wir entdecken unsere Leidenschaft wieder. Die emotionalen Sorgen und der Leidensdruck lassen nach und wir sehen vieles wieder von einer humorvolleren und lustigeren Seite. Mit Löwe sind wir einfach verspielter und wieder bereit, über uns selbst zu lachen, so nach dem Motto, ja stimmt, ich war beleidigt, aber jetzt will ich wieder Spaß haben und Sex. Mit Sonne und Mars im Löwen, hier liegt jede Menge Flirt-Energie in der Luft. Wir sind dann auch bereit, uns leidenschaftlich einzusetzen für unseren neuen Flirt, für kreative Projekte, für unsere Herzenswünsche und unsere Herzensmenschen. Aber, das ist jetzt auch sehr wichtig, gleichzeitig wird die Venus vom 21. bis zum 25. Juli erst in die Opposition zur Lilith und dann zu Saturn gehen. Und Venus-Saturn, das kann Liebesentzug bedeuten, vor allem wenn die kompromisslose Lilith auch dabei steht. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir in den ersten drei Wochen des Monats wirklich aufpassen, dass wir es mit unseren emotionalen Ausbrüchen nicht übertreiben und auch, dass wir selbst die Tür nicht endgültig zuschlagen. Denn dann können wir unter diesem Aspekt mit unserem Partner über alles reden und gemeinsam beschließen, die Vergangenheit und eventuelle Streitigkeiten hinter uns zu lassen. Wir sollten dann mit unserem süßen, etwas schönes Unternehmen zusammen Spaß haben und uns auf das Gute in der Beziehung konzentrieren. Dann wird sich nämlich auch zeigen, ob vielleicht in den Wochen vorher etwas kaputt gegangen ist. Ja, denn wenn man mit Venus-Saturn nicht mehr miteinander reden kann und die Tür zugemacht hat, dann bleibt sie auch zu. Übrigens Vorsicht, liebe Männer, falls welche hier zuschauen, Sonne Mars kann euch zum Bulli machen. Und wenn ihr eure Freundin dann mobbt oder die Partnerin, dann wird sie euch mit Venus-Saturn-Lilith hier verlassen. Sie wird traurig sein, aber sie wird euch verlassen. Deshalb konzentriert eure Leidenschaft lieber darauf, wie ihr euch löwemäßig, ritterlich und zuverlässig für eure herzallerliebste einsetzen könnt. Dann haben wir ja den wichtigen Neumond am 23. Juli um 11.45 Uhr und da ist dann das Motto, lasst uns unsere Leidenschaft wieder entdecken. Das ist eine schöne Konstellation ganz allgemein für Partys und Sommerfeste und zum Flirten. Und in den darauffolgenden vier Wochen wird es darum gehen, dass wir aufregende neue Leute treffen. Gleichzeitig sagt uns der Aspekt hier zwischen Venus und Saturn, wir dürfen diejenigen nicht vergessen, die uns gut kennen und die uns etwas bedeuten. Neue Leute sind ja oft erst mal aufregend und spannend, weil sie uns schmeicheln und unsere Schwächen noch nicht kennen. Und dann neigt man dazu, den eigenen Partner plötzlich langweilig zu finden oder sogar schlecht zu machen. Mit der Lilith dabei kann es auch passieren, dass wir uns in Affären stürzen, obwohl wir gebunden sind. Es ist sehr wichtig, dass wir mit unserem Partner im Gespräch bleiben und ihm Respekt entgegenbringen. Zum Ende des Monats hin formt sich dann die nächste Herausforderung am Himmel. Und zwar ist das hier dieser Spannungsaspekt zwischen Jupiter und Pluto. Und damit wird dann das Geld- und Schuldenthema wieder aktuell. Das bedeutet, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Geld für Partys und Vergnügen ausgeben, auf die Urlaubskasse achten, damit wir nicht aus Versehen Schulden machen, was dann wieder zu Beziehungskonflikten führen kann. Aber darüber sprechen wir dann, wenn wir uns den August näher anschauen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen heißen Juli und hoffe, dass ihr eure Gefühle auf eine gute Art herauslassen könnt. Die einzelnen Konstellationen und auch die ausführlicheren Konstellationen, wann welcher Planet das Zeichen wechselt oder sogar die Dekade wechselt, da werde ich mich diesmal darum kümmern, das findet ihr dann in den einzelnen Sternzeichenhoroskopen jeweils für euer Zeichen. Das allerbeste ist natürlich, ihr bucht eine persönliche Beratung bei mir, wenn ihr wissen wollt, wie jetzt diese ganzen heißen Gewitterkonstellationen sich in eurem Horoskop auswirken. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr auf meine Webseite gehen und euch da informieren. Oder ihr nehmt einfach teil an meinem Webinar Antonias Sterne. Da habe ich zwei Termine vorgesehen am 23. Juni, also zum Neumond und am 28. Juli. Da kann jeder Teilnehmer mir eine Frage zum persönlichen Horoskop stellen. Das wäre auch noch eine Alternative. Ja, und wenn ihr dann meinen Kanal abonniert hier und mir einen netten, konstruktiven Kommentar hier auf YouTube schreibt, dann nehmt ihr an der nächsten Verlosung teil. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Videotipps, was ich noch so habe. Vor allem möchte ich noch mal hinweisen auf das Video. Folgt eurem Herzen über den Mondknoten im Löwen. Und damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.